Mann! Fress mich aber langsam! Ach, der ist da oben. Gebet. Ja, selber gut. Leck mich. So, jetzt will ich aber ein bisschen leben. So, manchmal scheißen sie mich zu. Manchmal krieg ich ja auch nix. Na, gut. Okay. Die Frage ist folgende. Was? Hier müssen wir irgendwas überfluten, ne? Boah! Alter, ganz ehrlich, wie hat das hier gebaut? Ach, das ist wahrscheinlich die Leiter oder so ab. Na, super. So, hier geht's nach oben. Äh, wir müssen doch... Oh, wir haben ein bisschen Muni. Natürlich, nur ein bisschen Muni. Na gut, hier geht's auch nicht weiter. Äh, Speicher da? Ja. Ich nehm' mal lieber die Leiter da drüben. Ach, Leben. Dios mio, meine Güte. Sorry, ich spiel' gerade übrigens eine Stunde, fünf Minuten, ohne dass das Spiel abgestürzt ist. Meine Güte. Okay, hier ist alles an. Aha. Ich bin, ich bin beeindruckt. Ich hab's ja auch irgendwie selber gemacht. Keine Ahnung, wie, aber... Keine Ahnung, wie, aber... Was soll ich hier nochmal machen? Gibt's hier noch einen Knopf? Ich speichere einfach mal. Ah, ist mir ja scheißegal. Ich schwimm' jetzt hier. Gibt's da überhaupt durch? Ja. Mein Leben. Also, ich meine meine Luft. Meine Luftblase. Ja, ich sehe das Licht. Das Licht hinter dem Lade-Datenbildschirm. Moment, ich hab' jetzt schon... Naja, muss mal gucken, ob ich da bis, äh, ja... Wie schon gesagt, ich wollte das Spiel so auf 50 Folgen ziemlich genau bringen. Das wäre natürlich super. Oh. Ach. So, zum Teufel nochmal. Es sind wir jetzt richtig. Ich hoffe es. Schwimm schneller, Freeman. Radioaktivitäten. Ich hab' das Gefühl, ich war... Achso, nee. Mir war alles ein bisschen bekannt vor hier. Alter, Mann, oh Mann. Oha. Hoch. Da hab' ich die Leiter einfach mal eiskalt übersehen. Äh. Na, was willst du denn, du? Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Entspann dich. So. Äh, warum... Warum ist die leer? Die Superwaffe. Ach, verdammt. So, bin ich hier richtig? Nee. Aber hier gibt's Putzzeug. Putzzeug ist immer gut. Ja, hier geht's noch weiter hoch. Natürlich. Ich hab' ja nicht irgendwie schon fast gestorben oder so. So. What the fu... Ist das Sicherheitsglas? Ja. Boah! Äh, die Frage ist... Wo ist ich lang? Oh Mann, ich krieg' ja schon Kopfschmerzen, Alter. Was ist hier los? Au! Alter, nicht auf meinen Arsch! Das kostbar. Oder so. Ja, ja, ja. Du mich auch, geiler Lombe. No! Oh, war zu früh. Na gut. Na super, die geht mir auch noch leer. Ja, ist mir jetzt egal. Ich schätze mal, ich muss hier lang. Ich bin mir da aber auch gar nicht so sicher. Wieso hab' ich da mal den Knopf gedrückt? Oh, oh, mein Leben. Los, Crouch, jump boom, dein Leben. Oh, oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Was war denn das? Was war denn das, bitte? Ich brauch... Oh, ich brauch so unbedingt Leben. Langsam wird's echt knapp. Vorhin konnte ich mich nur durchmogeln mit so ein bisschen Leben. Aber jetzt... Alter, was? Geht hier gerade ab, Mann. Wieso hab ich den Hebel runtergemacht? Ich meine, wie? Da konnte ich doch nicht hervorsehen, damit da die Tür geschmolzt wird. Geschmolzen, was weiß ich. Ich bin verwirrt. Auf ganzer Linie. Na gut, nehmen wir erstmal die hier. Ja. Natürlich. Blick, Messer ist abgestürzt. Ich starte nochmal auf 9. Wir sehen uns gleich wieder. Na ja, hat eine Stunde und elf Minuten durchgehalten. Also, naja. Bis gleich. Also noch ein herzliches Tschüssi. So, äh... Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu... Ja. Dem... Absturzspiel hier. Wir sind eben nach oben ge... Jetzt leck bitte nicht rum. Bitte... Stört's jetzt nicht. Wow, cool. Ich, äh... Mach das einfach mal in die Folge rein, damit man sieht, dass es hier ein bisschen leckt. Ich bin... Pfff... Beeindruckt. Ne, also wir sehen uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück. Ich, äh... Ich hab da einfach keine Worte mehr zu. Entschuldigung, muss ich selbst lachen. Ja, also da oben scheint es einen Fehler zu geben. Das Spiel... Äh... Das Spiel, das stürzt. Ja. Da stürzt das Spiel immer ab. Aber auch einen ganz komischen Absturzfehler. So... Über die Half-Life-2-Echse. Ist abgestürzt. Aber... Das ist ein ganz komischer Fehler da oben. Und, äh... Eben ist schon wieder die Half-Life-2-Echse abgestürzt, als ich das Spiel gestartet hab. Ich, äh... Ich weiß auch nicht. Was zum Teufel muss ich überhaupt hin? Okay. Irgendwie. Na, wie der oben hin geht, der stürzt ja das Spiel ab. Na, toll. Ist das jetzt komplett im Arsch, das Spiel, oder was? Nein, bitte nicht. Ich will doch nur weiterspielen. Ich glaub, ich seh mich grad auch ziemlich nah am Ende. Das wär jetzt echt uncool, wenn das nicht mehr gehen würde. Okay, jetzt nochmal... Ich, äh... Probier's einfach nochmal mit... ...nochmal die Daten neu zu laden. Ich schätze aber trotzdem, wenn ich jetzt gleich nach oben gehe, wird das Spiel wieder abstürzen. Was sehr schade ist. Also hier geht's ja auch nicht weiter, ne? Ne. Auch kein Schacht, ne. Es wird abstürzen. Ich weiß es. Ich weiß es. Nein, das ist nicht abgestürzt. Oh, Gott sei Dank. Halleluja. Halleluja. Hallo? 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 Ja, du kannst mich reinlassen, wenn du willst. Ich bin ja hier auch nur dein Lebensratter oder sowas. Ich muss mich auch nicht reinlassen. Ach, Leben. Ne, hier ist nix. Ich bin heidenfroh, dass das jetzt wieder läuft. So. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ich bin immer vorsichtig, mein Junge. Äh, warte. So, da gibt's ein paar Familienfotos. Bestimmt der Liebhaber. Na, mein guter. So. Ich, äh, ich weiß schon. Ach, wie? Ja. Nein. Wat? Achso, kann ich den vielleicht mitnehmen? Komm mal mit, Junge. Okay, jetzt kommt er mit. Entschuldigung, hat ihn nicht aktiviert. Man muss die Menschen hier erstmal deaktivieren, weißt du? Ach, da waren wir schon, okay. So. Folgendes. Wo bist du? Da bist du, okay. Okidoki. Hey, da, da, da ist er. Der, der, der Typ. Der Bösewicht. Nein. What the fuck. Okay. Er ist in das Portal oder was auch immer das da sein soll. Ne, äh. Was soll, man sollte verstehen, ne? Portal. Portal. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wer es nicht rafft, ihr werdet es gleich sehen. Entschuldigung, erstmal alles kaputt machen. So, pass auf. Ich, ich weiß nämlich schon, was auf uns jetzt zukommt. Da können wir nicht durch. Da können wir durch. Okay, das war, äh, wo ist unser Buddy? Buddy? Hallo, Buddy. Wow, freut mich. Na, Sir, wie geht's? Äh, hallo? Ach, ist der wieder stehen geblieben? Du bist der Boss. Ich behalte den Faden. Ich habe dich zurück. Ich denke, die Flanke, okay, es kommt damit. Hallo, kommst du? Gut. Ich dachte schon, der wäre gestorben, Mann. Mach mir doch nicht solche Angst. Ich muss ein Liebhaber von mir denken. So, jetzt aber. Ja, wieso? Wo soll ich wieder hin? Ah. Cool. Aber erstmal gehen wir da hinten hin. Habe übrigens auch nachgesehen. Ich kann jetzt noch ungefähr, ja, noch eineinhalb Stunden kann ich jetzt noch aufnehmen. Ohne dass, äh, ja, ohne dass mein Ding, äh, mein Ding vollläuft. Ohne dass mein, äh, mein Speicher vollläuft. Aber wenn der vollläuft, dann kann ich, äh, wenn der komplett vollläuft, dann kann ich nämlich nichts mehr machen, müsst ihr ja wissen. Wenn der Computer komplett voll ist, dann kann er nicht mehr mehr Bilder öffnen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Äh. Okay. Ich geh mal da. Ja, 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 Mara, ganz da. Hui. Hui. Tja, da sehen wir schon mal, das, äh, ist wahrscheinlich so eine kleine Andeutung schon an, also, Portal, Portal wurde ja erst nach Half-Life gemacht. Das ist ja ein Giveaway to Half-Life. Und, ja, hier kamen schon mal die Portaten vor. Die wurden dann später in, die wurden dann später in Portal richtig umgesetzt. Dann kommen die hier. Also schon richtig Hammer, Portal werden wir auf jeden Fall auch spielen. Das ist keine Frage, Portal ist so ein geniales Game. Das werden wir auf alle Fälle spielen. So, wir gehen mal kurz hier nach unten. Äh. Okay. Ach, da geht's auch runter. Energie! Na gut, wie ich da jetzt ankomme, weiß ich auch nicht, also... Ups. Ja, hm. Okay. Kann man sich, glaube ich, ein bisschen Energie holen, aber ich würde jetzt wirklich mal weitermachen. So. Okay, jetzt geht's nämlich... Entweder da können wir weiter... Ich würde aber gerne wissen, was hier angeht. Nach unten. Äh. Oh mein Gott! Jesus, bist du das! So. Jetzt aber. Ja, da müssen wir noch später hin. Aber cool hier unten. Ach komm schon, bitte Black Mesa, fang jetzt nicht an zu lenken. Bitte, bitte, bitte nicht. Oh, hier geht's noch weiter. Naja. Äh. Hallo? Ach, ja. Too many words for a dynamic battle buffer. Ganz viele Zahlen. Teleprogrammer to up. Aha, aha, aha. Ja, da hätten wir wohl hier nicht lang gehen können. Ich, äh. Ja. Finde ich cool. So, Aufnahme ist jetzt auch zu Ende. Ja, ich, äh. Ich spiele weiter. Ich starte nochmal neu. Also, wir sehen uns gleich wieder, ne? Also, dann. Ciao. No. Fertig.